Hallöchen Leute, ich bin euer Davy und ich wollte ein kurzes Infovideo machen, bevor sich manche Wunder was morgen und mit Livestreams los ist. Es ist zur Zeit, dass ich sehr starke Rückenschmerzen habe, weil ich mir einen Hexenschuss eingeholt habe. Und mir ist es nicht möglich Videos gerade zu produzieren, deswegen wird es halt auch wie gesagt, am Mittwoch gab es ja keinen Livestream. Es wird auch am Samstag kein Mario Kart 8 geben, weil mir ist es einfach nicht möglich 3 Stunden, 4 Stunden am PC zocken und Informationen rauszusuchen. Und dann halt natürlich auch wenn das Video nicht lang geht, aber es ist halt eine Modsarbeit, wo er halt dahinter steckt. Und natürlich Rocket League wird kommen am Sonntag, weil ich habe die Episode bevor meinen kleinen Vorfall aufgenommen, deswegen ist es halt noch gerettet. Aber dafür tue ich euch entlohne mit Final Fantasy X, da habe ich auch ein paar Aufnahmen gemacht. Und deswegen werdet ihr morgen anstatt Mario Kart 8 eine Folge Final Fantasy X bekommen. Ich hoffe, es entschuldigt mich, aber ich komme halt von der Couch nicht hoch, beziehungsweise vom Bett. Und das tut mir halt ganz herzlich leid, normalerweise würde ich die Videos machen, aber mit Schmerzen Videos zu produzieren ist halt eine Katastrophe. Und es ist viel Aufwand schon jetzt gerade dieses kurze Video zu machen. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Einschalten, nur dass ihr halt Bescheid wisst. Und genauso wie, dass morgen kein Livestream stattfindet, genauso wie, also falls nächstes Mittwoch mir es wieder besser geht, eventuell. Aber ich bezweifle es, also könnt ihr euch darauf einstellen, dass morgen, also am Sonntag und am Mittwoch immer noch kein Livestream kommt. Erst eine Woche drauf. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Und wie gesagt, ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende. Euer Davy. Tschüssi. Kowski.